Wasser ist der Urstoff des ganzen Daseins auf der Erde. Es genügt, die vorgestellten Fotos anzusehen, um einer einfachen Wahrheit, das heißt, das Leben ist nur dann möglich, wenn es Wasser gibt, bewusst zu sein. Kein Wasser, kein Leben. Leben und Wasser sind durchaus zusammenhängende und untrennbare Begriffe. Tatsächlich liegt Wasser allen Organen bei Lebewesen auf unserer Erde zugrunde. Wasser ist eine Grundlage aller physiologischen Flüssigkeiten im Menschenkörper. Und der Körper selbst besteht zu 75% aus diesem einmaligen Stoff. Und noch mehr. Das menschliche Gehirn, das heißt, die Grundlage der ganzen Zivilisation, enthält Wasser, noch im größeren Umfang, bis zu 80%. Aber Wasser erfüllt im Körper einige Funktionen, hauptsächliche darunter sind Wasser als Bewegungsmittel. Das heißt, mit seiner Hilfe werden Blutzellen, die die Sauerstoffversorgung und die Abwehrfunktionen des Körpers sicherstellen, im Körper bewegt. Mithilfe des Wassers, das im Körper vorhanden ist, werden Nährstoffe und Hormone zu Organen und Geweben bewegt. Wasser ist für die Fortschaffung von Giftstoffen und Ausscheidungsprodukten verantwortlich. Das heißt, für die Reinigung des Körpers von allen möglichen Giftprodukten. Wasser ist auch ein Auflösungsmittel. Denn nur die Auflösung eines Stoffes im Wasser macht seine Bewegung im Körper möglich und gibt den Stoffen die Fähigkeit, chemisch zu reagieren. Wasser ist ein universales Auflösungsmittel. Wenn Wasser solche Eigenschaften nicht besitzen könnte, wäre eine vollwertige Bewegungsfunktion nicht möglich. Wenn es keine Nährstoffzulieferung und kein Ausscheiden von Produkten gibt, dann gibt es keinen Stoffwechsel, kein Leben. Dazu werden mehrere Stoffe fähig, nur im aufgelösten Zustand zu reagieren. Wasser ist ein Katalysator. Die wichtigste Eigenschaft des Wassers, weil viele lebenswichtige chemische Reaktionen und Prozesse ohne Wasser einfach unmöglich sind. Als Beispiel kann man Folgendes anführen. Wenn Sie ein Stück Eisen in einen trockenen Raum hinlegen, so röstet es nicht. Grundsätzlich geschieht kein Oxidationsprozess. Dasselbe verläuft im Körper, denn der Stoffwechsel schließt Redoxreaktionen ein. In den letzten Jahrzehnten wurde es klar, dass sich Wasserfunktionen im Körper auf alles oben genannte nicht einschränken. Es stellte sich heraus, dass Wasser ein zusammengesetzter und unbegreiflicher Stoff ist, als es uns früher vorkommen konnte. Es wurden die Eigenschaften des Informationsträgers beim Wasser entdeckt. Aber außer den bekannten Funktionen, die Wasser im Körper erfüllt, wurde die neue, wichtigste Eigenschaft des Wassers entdeckt. Die übliche Vorstellung von ihm ändert und dank der Eigenschaften beim Wasser, Informationsträger zu sein, es auf eine ganz andere Höhe bringt. Also das ist eine neue und wenig bekannte Eigenschaft des Wassers als Informationsträger. Wie es sich herausstellte, besitzt Wasser die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, sie zu bewahren und sie zu übertragen, das heißt die Rolle zu erfüllen, die wir von uns gewöhnten, mit üblicheren Gegenständen wie Tonband, Laserdisc, schließlich Gehirn zu verbinden. Und hier einfach Wasser. Noch mehr ist die Analogie mit traditionellen Informationsträgern damit nicht aus. Die Informationen, die Wasser enthält, kann man löschen, wieder aufnehmen oder einfach ändern. Eine sinnvolle Frage ist, was liegt im Wassergedächtnis zugrunde? Welche Mechanismen realisieren es? Das Gedächtnisphänomen ist durch das Vorhandensein im Wasser der sogenannten Cluster, das heißt Polymerer-Makroeinheiten, die von tausenden Wassermolekülen aufgrund der Entstehung von Wasserstoffverbindungen gebildet sind, bedingt. Die Information in diesen Zusammenbildungen ist in Form ihrer dreidimensionalen Konfiguration und der Ladungsverteilung auf ihrer Oberfläche kodiert. Es wird vermutet, dass die Cluster an der Oberfläche des im Wasser vorhandenen Stoffs erzeugt werden, indem sie die dreidimensionale Struktur seiner Oberfläche und der bestimmten darin lokalisierten Determinanten in Form einer Negativmatrix modellieren. Ungefähr wie Sie einen Schlüssel in eine Knetmasse eindrücken würden, so wird sein negativer Abdruck geformt. Nachfolgend wird die schon geformte Negativmatrix als Bildungsform des Clusters, die den Aufbau der Urstoffdeterminanten reproduzieren, das heißt als Positivmatrix auftreten, gebraucht. Der Vergleich dieses Prozesses mit dem Gipsabdrucksguss in der schon erwähnten Knetmassenmatrix ist hier am angebrachtesten. So ein Abdruck bildet die dreidimensionale Schlüsselkonstruktion völlig ab. Wiederum wird die Positivmatrix auch eine Quelle für Erzeugung einer Negativmatrix. Die knetähnliche Reproduktion von Clusters, negativ-positiv-negativ, hat einen lawinenartigen Charakter und neu schaffende Strukturen füllen das ganze Wasservolumen auf. Im Fall der Übertragung von kleiner Menge des strukturierten Wassers in das unstrukturierte Wasser erneuert sich die Cluster-Multiplikation und hört wieder auf, wenn das Wasservolumen damit aufgefüllt ist. Eine unbedingte Voraussetzung für das Prozess erfolgen ist ein intensives Schütteln des Wasserbehälters, das heißt eine Wirkungsverstärkung, die in der Homöopathie, wo der Grundsatz der hohen Verdünnungen in der Produktion praktisch aller Arzneien zugrunde liegt, weitgehend angewendet wird. Das heißt, dass wir als Endpunkt der Wasserstrukturierung das Wasser bekommen, das im gleichen Verhältnis negative und positive Stoffkopien enthält, mit denen das Wasser Kontakt hatte. Dabei fehlen selbst die Stoffe in diesem Wasser. Da die Bio-Wirkung von vielen Stoffen durch ihre dreidimensionale Struktur und ihre Fähigkeit zum Zusammenwirken mit komplementären Abschnitten der Rezeptoren oder Zellen bedingt ist, so können positive Cluster, die ihre Determinanten kopieren, sie in diesen Prozessen erfolgreich ersetzen. Im Grunde genommen machen wir von dem Schlüssel, das heißt von der Determinanten der chemischen Verbindungen, einen Abdruck in Form einer Negativmatrix. Aufgrund des Abdrucks oder der Matrix erzeugen wir die genaue Kopie des Schlüssels, die ja die Schlüsselfunktion, wenn der Schlüssel selbst fehlt, erfüllt.